Herzlich willkommen, liebe Freunde der Bildenden Kunst zu einer neuen Ausgabe von Was kunst du, denn das ist hier die Frage. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was kunst du, denn das ist die Frage, die ich üblicherweise an meine Gäste hier in unserem Kreise gerichte. Und wir haben heute spannende Gäste eingeladen, tolle Themen. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie mache ich eigentlich ein erfolgreiches Crowdfunding für ein Projekt, das ich plane. Wir haben eingeladen Bettina Kohl. Die Frau ist bekannt, berühmt, berüchtigt möglicherweise, auch das eigentlich Feng Shui-Beraterin. Ja, und sie hat mit ihrem Sport, dem Stand-up-Paddling, was das ist, weiß ich nicht. Paddling habe ich schon mal gehört, aber Paddling, wir werden das gleich erfahren. Mit diesem Sport hat sie Meisterschaften gewonnen, teilgenommen dran, tolle Plätze erreicht. Und sie sagt, eigentlich kann das jeder. Also vielleicht nicht die Meisterschaft gewinnen, aber zumindest dieses Stand-up-Paddling machen. Wir freuen uns also, dass Bettina Kohl bei uns ist. Was hat das Ganze mit Crowdfunding zu tun? Wir haben Andrea Hausstetter bei uns. Sie ist Creative Directorin. Ich sage mal auf gut Deutsch, naja, sowas wie in der Filmproduzentin irgendwie. Und zwar nicht in Hollywood, sondern hier in Hamburg. Da soll es sowas auch geben. Sie produziert also tatsächlich Filme. Und dieses Projekt, über das wir sprechen, ist eigentlich ein Film, bei dem es nämlich um Bettina Kohl und ihren Sport und ihre Erfolge geht. Und die beiden haben das zusammen gemacht. Der Film ist fast fertig. Ich glaube, ab dem nächsten Monat dann auch sozusagen irgendwo zu sehen. Wir werden es erleben, wir werden es erfahren. Das Spannende aber, ihr habt das Ganze über Crowdfunding finanziert. Nicht Crowd-Art-Funding, das ist dann das Sammeln der Kunstwerke oder so oder Geld für die Kunst. Aber im Prinzip ist es ja doch ein kunstvolles Projekt. Deswegen seid ihr hier bei Was kunst du? ganz richtig aufgehoben. Dann haben wir jemanden, ja, die große Kosmodiment-Show, heute ohne Kosmodiment, weil eigentlich kann er das viel besser moderieren. Er ist, habe ich mir sagen, ich soll sagen, wurde mir gesagt, er ist nicht der Thomas Gottschalk von Belgien. Er ist der Roland Peters von Belgien. Lebt seit 14 Jahren in Hamburg. Hat Kunst studiert. Er ist auch mal in Vergangenheit gewesen ein sehr erfolgreiches männliches Model. Das dürfen wir erwähnen am Rande. Wir wollen aber das Wichtige herausstellen, nämlich, dass er tatsächlich Kunstmaler ist. Genau. Und eigentlich auch heute von seiner Kunst lebt. Wir freuen uns auf Roland Peters. Hallo, schönen guten Abend. Und ich darf in dem Fall sagen, guten Abend. Sehr gut. Und das heißt, wie geht es dir? Also mir geht es sehr gut. Das waren meine belgischen Kindnisse komplett. Und vielen Dank für die Einladung heute. Sehr schön, dass ihr da seid. Ja, liebe Bettina, ich habe versucht, dich so ein bisschen vorzustellen. Du machst so viele tolle Sachen. Das ist gar nicht so einfach. Habe ich alles erwähnt oder habe ich was vergessen? Kurz angerissen, sage ich mal. Kurz angerissen. 30 Jahre surfen, nicht? Ja, über 30 Jahre. Ich habe also in jungen Jahren, mit 16, angefangen mit Windsurfen, war relativ schnell dabei. Wollte mal richtig Profi werden, World Cup teilnehmen und so weiter und so fort. Und das hat nicht so ganz geklappt. Das Leben kam ein bisschen anders. Aber Leidenschaft surfen blieb oder Windsurfen, das hat jahrelang oder jahrzehntelang mein Leben bestimmt. Dann kamen so ein paar andere Sachen. Und ja, beruflich bin ich Feng Shui-Beraterin mittlerweile seit fast zehn Jahren. Das ist ja ganz was anderes. Feng Shui ist ja mehr so eine ruhige Geschichte. Ja, aber es geht um Flow. Ja, aber trotzdem mehr statisch. Während die Surfgeschichte ist ja voller Action. Windsurfen kennt man natürlich in Hamburg. Hamburg liegt an der Küste. An der Küste ist es windig in der Regel. Deswegen sind die Leute natürlich gerne mit Segel am Brett unterwegs. Das hast du lange Zeit gemacht. Aber dann hast du irgendwie das erweitert oder ergänzt. Also erstmal gab es so einen Einknicker. Es wurde ein bisschen weniger, weil man braucht das schon, wenn man in Deutschland lebt und hier in Hamburg. Also aufhören, wir sind ja relativ dicht am Wasser dran. Aber zumindest brauchen wir Wind. Und da kommen so ganz viele Parameter. Und du hast es nicht unbedingt vor der Haustür. Und es hat einfach sehr viel Zeit gefressen. Und ich kam immer weniger aufs Wasser. Das war frustrierend für mich. Und dann kam das Stand-Up-Paddling nach Deutschland vor ungefähr acht Jahren. Und das sah ich und dachte, das sieht ja cool aus. Und ich hatte Familie. Also wir hatten gerade, da war unser Sohn noch relativ klein. Und da dachte ich nur so, Mensch, das ist ja mal was ganz Neues. Und wie cool. Und das können wir immer und überall machen. Und dann hat das Stand-Up-Paddling eigentlich das Windsurfen ersetzt. Und dann ging es voll ab. Dann war ich nur noch Stand-Up. Du sagtest, das sah ich. Viele unserer Zuschauer werden vielleicht jetzt nicht wissen, was Stand-Up-Paddling ist. Du hast Boards mitgebracht. Das sieht eigentlich aus wie so ein Surfbett. Oder die Wellenreiter, die haben sowas auch in der Art. Hat man also eventuell schon mal gesehen. Wir haben aber einen Film dabei. Ihr habt einen Einspieler mitgebracht. Und möglicherweise, liebe Regie, können wir da einfach mal reingucken. Weil dann haben wir erst mal die Information, was es da mit auf sich hat. Und schauen wir mal, habt ihr die Matz für uns bereit? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin Bettina Kohl, ich bin 50 Jahre alt und ich hatte mal einen Traum. Und wie so viele von uns, habe ich den damals aufgegeben. Mein Traum war, professioneller Windsurfer zu werden. Ich weiß auch nicht, ich habe aufgehört, auf meinen Bauch zu hören. Es war halt auch cool in Deutschland, ich hatte super Freunde und irgendwie, das war dann schon dieses Ding so, ach hier ist doch auch schön. Und ich hatte nicht wirklich diesen, letztendlich diesen Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dann kam das Stand-Up-Haddling in mein Leben. Für mich war diese Verbindung zur Natur und ein Teil davon zu sein, ein Leben lang extrem wichtig. Das Meer erst mal verbindet uns alle. Und das Wichtige ist, das zu erhalten, weil es ist eine ganz andere Welt für sich. Und wenn wir die kaputt machen, dann machen wir uns selber auch damit kaputt. Totale Leere. Ich war wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite hatte ich immer noch meine Karriere und nach außen hin viele Freunde und alles. Und auf der anderen Seite, sobald ich für mich war, war da ein Nichts. Und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, wo ich hingehöre. Und ich habe mich selber beobachtet, wie ich immer tiefer gefallen bin. Ich habe immer an mich selber geglaubt. Also ich habe halt gemerkt, ich habe irgendeine Power, die ich mir selber nicht erklären konnte. Und aufgeben war keine Option. Was ich beim Surfen erlebt habe, wo man ja auch dieses Auf und Ab der Wellen hat. Und da war ich immer so im Moment. Und klar, es gab auch heftige Momente. Aber es gab auch immer wieder diese ganz besonderen Momente, wo man emotional so tief bei sich ist. Wo ich immer dachte, das ist cool, das will ich weiter erleben. Ja, bei anderen Sendern ist das dann der Moment, wo der Moderator oder die Jury weint, weil es so ergreifend ist. Und so ein kleines bisschen ging mir das auch tatsächlich eben so. Ich musste ein bisschen schlucken. Was für eine Lebensgeschichte. Man kriegt Gänsehaut, nicht? Bettina. Ja, und das geht halt noch wahnsinnig spannend weiter. Mich hat das Surfen oder auch das Thema Meer durchs ganze Leben getragen. Also immer guten und in nicht so guten Momenten, die jeder von uns hat, bin ich ans Meer gefahren und bin total wieder in meine Kraft gekommen. Und ja, das hat sich praktisch, da gab es dann sozusagen einen dramatischen Höhepunkt in meinem Leben. Weil durch das Stand-Up-Paddling bin ich plötzlich wieder durch Zufall zu dem Thema Meisterschaften gekommen, was nie geplant war. Und merkte, da ist so eine alte Leidenschaft wieder hochgekommen. Mensch, du wolltest ja mal im World Cup teilnehmen. Und auf einmal war ich Hamburger Vizemeister, ich hatte bei deutschen Events in der Welle war ich drittplatziert und ich hatte plötzlich ein Ticket zu den Weltmeisterschaften, weil ich deutsche Vizemeisterin geworden war. Und das mit 50 Jahren. Das war natürlich echt so wow. Und in dem gleichen Jahr hat mich aber privat ein Wahnsinnsschicksal ereilt, weil meine Mutter sich das Leben genommen hat. Und dann stand ich da so mit dem größten oder mit dem schlimmsten Ereignis meines Lebens, mit dieser Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen. Und gleichzeitig diesen Traum, alten Traum so ein bisschen in den Händen zu haben. Und was machst du jetzt? Und für mich war ganz klar, es war wieder dieses, okay, ich bin echt, ich habe weitergepaddelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe beschlossen, okay, es geht weiter, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber ich gehe damit, ich reite diese Welle. Und habe da sozusagen gesagt, okay, das wird mein Ziel werden, ich werde an diesen Weltmeisterschaften teilnehmen. Einfach auch, um zu zeigen, es geht weiter, auch anderen das zu zeigen. Ein bisschen ist dieses, ich reite die Welle für dich auch, ich meistere mein Leben. Genau, und mit allem, was dazugehört. Also es ist halt nicht immer nur oben auf der Welle, also es ist halt auch mal unten, aber es geht weiter. Genau, es ist ein Auf und Ab-Tide, no one is open. Genau, und Wellen sind ja auch nicht vorhersehbar. Du musst Wellen nehmen, so wie sie kommen beim Surfen. Du kannst dagegen ankämpfen und sagen, so, ah, die will ich aber nicht oder so, hast aber auch keinen Spaß da draußen. Also jetzt im übertragenen Sinne. Ja, und du würdest wahrscheinlich einfach vom Brett fallen und reinfallen, wenn du das nicht ausbalancierst. Das Leben ist ja auch so ein Balancieren. Die geben dir eine Energie mit. Und wenn du entweder kannst, du kannst überlegen, gehe ich mit dieser Energie oder gehe ich gegen an. So, und jetzt ist ja im Prinzip im übertragenen Sinne. Und ich habe das auch für mich genutzt, um einfach auch so ein Ziel zu haben, ganz klar. Und schon vorher hatten Leute mir halt immer so angetragen, Mensch, das ist so inspirierend, was du machst. Weil, also ich meine, ich bin ja mittlerweile auch, jetzt bin ich 51 und bei vielen immer so, also jetzt werde ich ja alt und wie auch immer. Und haben dann viele Ausreden und die, wie immer so, du musst mal deine Geschichte erzählen. Und das waberte immer schon länger rum. Und wie das dann, das ist ja 2017 letztendlich passiert mit meiner Mutter. Und das Ticket für den World Cup hatte ich jetzt 2018. Da, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Da kam die Fragestellung. Da kam die Idee, genau. Da kam auf einmal, also wie dieses, dieses dramatische, also es hört sich ein bisschen krass an, aber da dachte ich nur so, das ist jetzt der Auslöser, eine Geschichte zu erzählen. Also, weil es geht weiter so. Und mit diesem, das war nur so ein Funken, mit dieser Idee bin ich halt zu Andrea gegangen. Und da kam unheimlich. Also, ihr kanntet euch schon, ihr seid Freundinnen. Ihr kanntet euch schon, wir sind befreundet. Und da kam plötzlich, Mensch, da gibt es doch Andrea, die macht doch Filme. Und mir sagen Leute, erzähl diese Story, die ist unheimlich inspirierend, auch für andere. Und dann kam mir die Idee, ja Mensch, also ich möchte gerne eigentlich, ja, ein bisschen meine Geschichte, aber es geht mir auch um Geschichten von anderen Menschen zu erzählen, die inspirierend sind, die das, das Meer, also insbesondere das Meer, aber auch die Natur natürlich genutzt haben, auch um wieder in ihre Kraft zu kommen und gleichzeitig auch den Bogen zu spannen, dass die Natur schützenswert ist. Also, dieser Bogen war eigentlich da. Es geht um Empowerment, es geht weiter, go for it, also glaub an deine Träume, glaub an dich, mach dich auf die Suche nach dir und verbinde dich mit der Natur und schütze sie. So, und mit dieser Idee bin ich zu Andrea gegangen und die war dann, im Englischen sagt man so schön gleich, hooked und hat das auch kreativ weitergesprochen. Ich habe ja nur eine Idee reingegeben und sie hat dann dazu ein ganz tolles Storyboard, also wir haben das dann zusammen erarbeitet und ja, dann ging das so, und plötzlich hatten wir seit April letztem Jahr, es ist ja gerade mal ein Jahr her, ein Film, also plötzlich machte ich ein Filmprojekt. Und so kommen wir also, ich sagte früher, Filmproduzentin, Creative Directorin, Andrea Hausstetter. Du machst das beruflich, also die Filmgeschichte ist dein Job. Und bei Bettina ist ja der Sport Hobby, wir hatten gesagt Feng Shui, Beraterin ist quasi der Hauptberuf in dem Fall. Hat aber alles so ein bisschen was mit Lebenskunst zu tun, bei Andrea mit Filmkunst, das wäre gesagt, hierbei was kunst du. Und nun war dieses Filmprojekt sozusagen in der Idee geboren. Aber das Spannende ist ja, so ein Film kostet ja auch eine Haufe Geld. Das ist richtig. Also die Idee fand ich super, das war schon mal das allererste. Also ich finde immer irgendwie Filme brauchen eine Geschichte, das ist das Wichtigste. Und du hast gesagt, hör mal zu, machen wir, gib mir dein ganzes Geld und ich produziere dir, was immer du willst. Genau. Ja, leider haben wir keinen Millionär dahinter stehen gehabt. Den haben wir so ein bisschen gesucht. Das ist sehr ärgerlich. Und ich komme aber selber auch vom Wassersport, daher kennen wir uns auch. Also von daher kannte ich auch oder konnte auch die Liebe zum Wasser und diese ganze Sache natürlich auch nochmal nachwitzeln. Kannst du mich raten, du machst Stand-Up-Paddling? Jein, falsch. Also ich komme auch von Anfang Windsurfen, dann Surfen, Wellenreiten und habe tatsächlich auch durch Bettina bin ich so ein bisschen in die Stand-Up-Paddl-Geschichte mit reingekommen. Da bin ich aber Anfänger. Also ich bin eher Wellenreiter und Windsurfer. Aber von daher kenne ich mich mit allen Wassern so ein bisschen aus. Und deswegen war auch so die Idee und die Liebe und was dahinter steckt, irgendwie konnte ich auch gut nachvollziehen. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte war der Hammer, aber wir hatten eben kein Geld. So, genau und das, was uns dann sozusagen in die Köpfe kam oder da wir das gesehen haben, dass andere das auch machen, war halt Crowdfunding. Und Bettina hatte jemanden sozusagen im Büro, in ihrem Großraumbüro, wo sie arbeitet, der sich mit sowas sehr gut auskennt und der hat uns so ein bisschen eingeführt in diese ganze Geschichte. Eine kleine Zwischenfrage, du bist Feng Shui-Beraterin und arbeitest in einem Großraumbüro? Ja, sag mal so, ich bin ja eigentlich bei den Kunden unterwegs, aber ich habe jetzt hier in Hamburg in der Stadt, arbeite ich in einem, habe ich auch noch sozusagen ein Stadtbüro in einem großen Coworking-Space, wo ich dann halt auch Kundentermine stattfinden lasse. Oder jetzt für das Filmprojekt haben wir da zum Beispiel ganz viele Besprechungen gehabt. Also klar ist ein Großraumbüro, ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay, ja, das ist jetzt vielleicht. Also da wollte ich nachher, da kam der Background so, also diese ganze Kommunikation sozusagen her und der hat uns in das ganze Thema so eingeführt. Nicht ganz so einfach, wie man sich das immer so vorstellt, weil man denkt so, super, jetzt sind wir da drin. Also wir müssen das vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die es nicht kennen oder die kein Englisch können, Crowdfunding bedeutet Schwarmfinanzierung, nicht? Also viele Menschen geben ein bisschen was und wenn sie sich eben für ein Projekt begeistern, dann gibt es 10 Euro, dann gibt es vielleicht 100 Euro am Ende, wenn es viele machen, dann hat man das Geld zusammen, das man braucht und in aller Regel gibt es dann noch irgendwie ein Giveaway oder irgendwas, eine Belohnung sozusagen für all die, die sich dafür engagieren. Und so ist es eben möglich quasi bankenunabhängig oder ohne große Sponsoren Projekte zu finanzieren. Das gilt also für viele unserer Zuschauer, wenn sie Kunstprojekte möglicherweise finanzieren möchten, aber eigentlich für alle Menschen, die irgendwie eine tolle Idee haben und sagen, das könnte andere begeistern. Dann aber wird es schwierig, dann muss man wissen, wie geht das nun genau? Ja, man muss vielleicht auch noch vorher sagen, also natürlich, die Idee war ja da, aber es gab ja noch keinen Teaser oder nichts irgendwie, was die sehen können. Man muss ja auch irgendwas wie eine Kunst oder wie auch immer in der Hand haben können oder irgendwas zeigen können. Also Teaser quasi, Präsentation, es gab noch nichts, was man vorzeigen konnte. Man hatte eine Idee im Kopf und irgendwie aus dem Kopf, aus dem eigenen muss das jetzt in die Köpfe der Leute da draußen. Genau, deswegen mussten wir ja erstmal sozusagen einen, in Deutsch vielleicht Vorfilm oder wie auch immer, produzieren. Das haben wir so mit kleinsten Mitteln geschafft. Das ist sozusagen der Trailer, den wir gerade gesehen haben. Genau, den wir gerade gesehen haben. Der ist noch ein bisschen länger tatsächlich. Der ist ja schön geworden. Den kann man bestimmt auch irgendwo noch sehen. Habt ihr den irgendwo im Netz? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja zu dem Projekt, das Projekt hat eine eigene Website. Die heißt www.bettywoodgo.com und da findet ihr alle Informationen zu dem ganzen Projekt, den tollen Teaser, den man sich unbedingt zu Ende angucken sollte und natürlich auch Möglichkeiten, weil wir sind ja noch auf der Suche. Wir haben jetzt Crowdfunding, das ist ja eine Einfinanzierungsgeschichte, aber wir suchen auch noch große Sponsoren. Da gibt es alle möglichen Informationen und dann uns bitte gerne kontaktieren. Auch so die Making-of, viele Bilder. Das ist eine tolle Website. Also da kann man einfach mal in den Suchmaschinen einschlägig nachgucken, da findet man das. Und ja, nun, wie ging es dann weiter? Ihr habt dann euch auf irgendeine Crowdfunding-Plattform wahrscheinlich begeben. Genau, also dann wurde das Ganze zusammengeschnitten. Also wir sind dann auch nach Dänemark und wir haben noch einige, also ein bisschen gereist sind wir sozusagen noch für den Film, mussten wir tatsächlich auch, weil eben Submen natürlich nicht unbedingt nur auf der Alster passiert. Was aber auch passiert und was natürlich auch für unsere Zuschauer interessant ist, wer jetzt sagt, Mensch, der Film, der hat mich irgendwie angetörnt, ich möchte das auch mal probieren. Der muss nicht gleich nach China, der muss auch nicht nach Dänemark, das kann man in der Stadt machen. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist das ja auch so ein bisschen, also ich meine Bettina ist ja auch keine Profi-Stand-Up-Paddlerin, sondern das ist Bettina von nebenan sozusagen und die hat eine Geschichte zu erzählen und dann ist es natürlich auch für jeden, deswegen, das sollte ja auch im Film vorkommen so ein bisschen, möglich vielleicht seinen Traum oder so zu erfüllen und wenn es das ist, irgendwie auf der Alster zu paddeln oder irgendwas anderes zu machen, darum ging es halt so ein bisschen. Aber um vielleicht nochmal auf dieses Crowdfunding zurückzukommen, als wir dann sozusagen das zu Ende geschnitten hatten, als der Film dann fertig war, hatten wir natürlich schon mal was, was wir zeigen konnten. Das war ja auch wichtig, weil keiner kann sich das ja sonst irgendwie vorstellen, wenn man das nur runterschreibt. Kann man natürlich auch machen. Aber es war auch die Idee, wir drehen diesen Teaser, diesen Vorfilm sozusagen, um damit das Crowdfunding anzuschieben für den großen Film. Genau. Also man muss halt schon ein bisschen was sehen können, aber es ist eben nicht der ganze, das wäre jetzt auch nicht möglich gewesen. Genau. Und dann haben wir sozusagen dafür auf dieser großen Plattform, ich glaube, man darf sie jetzt gar nicht nennen oder so, weiß ich jetzt nicht, eine der größten Crowdfunding-Plattformen, die es gibt, da haben wir das gemacht, weil die international ist. Dann geben unsere Zuschauer einfach mal ein, größte deutsche Crowdfunding-Plattformen. Nee, es ist eine internationale. Internationale Crowdfunding-Plattformen. Dann findet man das und dann haben sie die Info, die sie brauchen. Genau, die hat uns den Kick gegeben. Also auf jeden Fall haben wir dann sozusagen das auf die Seite gegeben mit allem, was dazugehört. Und das ist schon nicht ganz so einfach, weil man musste halt immer sozusagen mit, ja, oder man muss diese Plattform halt immer bedienen, mehr oder weniger. Man muss natürlich die Leute bedienen und, und, und. Und das heißt nicht, dass man da einmal was draufstellt und dann... Sprudelt das Geld. Dann sprudelt das Geld ohne Hände. War echt cool. Also das ist auch echt so ein stetiges Auf und Ab. Eigentlich müsste man dazu noch eine richtige, na, am besten noch mit einer Agentur oder wie auch immer, wenn man jetzt... Ja, man muss diese, also man ist dann präsent im Internet mit einer Information, mit einer Seite oder wie auch immer, oder auf dieser Seite. Aber wahrscheinlich so ähnlich wie in anderen Social-Media-Plattformen, die Tatsache, dass ich da eine Seite habe, die wird ja nicht gefunden. Nee, man muss ja irgendwie Leute auf diese Seite kriegen. Genau. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, nicht? Ja, also einmal natürlich Social-Media. Also man muss schon sagen, dass die Seite selber natürlich auch dadurch funktioniert, dass Leute da immer mal wieder gucken, weil sie vielleicht sich interessieren für Film, für andere Projekte, für Kunst, sonstiges. Alles, was sozusagen Crowdfunding, was dazugehört oder neue Ideen oder so, darum geht es ja auch. Die gucken natürlich schon und wenn sie vielleicht auch mal so einen Trailer sehen, dann sind sie ja schon mal interessiert. Aber generell muss man natürlich auch durch die ganzen Social-Media-Anderen Plattformen oder beziehungsweise Kanäle immer wieder mal sagen, hallo, wir sind da, wir haben was Neues gemacht und wir hätten gerne eure Unterstützung. Und in Deutschland muss man dann auch noch mal extra dazu erklären, dass es gar nicht so schlimm ist, selbst wenn man da irgendwie fünf Euro überweist, weil man das gerne sponsern möchte, dann heißt das nicht, dass sofort alle Daten genommen werden und und und, sondern man zahlt eigentlich auch nur, wenn das tatsächlich einen bestimmten Wert sozusagen erreicht hat. Vorher zahlt man nicht. Man sagt zwar, okay, ich gebe da zehn Euro, aber es wird nichts abgebucht oder so, bevor nicht das Projekt... Also sichergestellt ist, dass es dann auch wirklich realisiert wird. Ja, dass das Ziel erreicht wird. Du sitzt auf dieser Crowdfunding-Plattform, setzt du ein Finanzierungsziel fest und erst wenn das, da gibt es einen Stichtag zu, in der Regel laufen solche Projekte zwischen 30, 40 Tage, also das auch mit Absicht, dass da so ein bisschen Druck, oder was heißt ein bisschen, da ist da ganz schön viel Druck hinter. Und erst wenn dieses Ziel erreicht ist, danach wird abgebucht bei den, du hast verschiedene mögliche Zahlungsmethoden stehen. Aber die sind dann schon verpflichtet, also die müssen das dann auch einhalten, ne? Ja, schon, also du hinterlegst, also Beispiel, dass du sagst, die zehn Euro will ich mit meiner Kreditkarte oder mit meiner Lastschrift oder wie auch immer, dann wird es von deiner Kredit... Wäre natürlich nicht so schön, wenn die da nicht gedeckt ist. Ja, aber ich habe blöd, wenn ich dann inzwischen sage, ach, dann haben wir jetzt wieder anders überlebt und dann will ich doch nicht mehr, dann finanziere ich mir das Projekt von Rotland oder so, ja, das wäre ja doof, ne? Wäre die falsche Einstellung. Nein, wäre die falsche Einstellung, das macht man ja nun eigentlich nicht, ne? Um Gottes Willen, ne? Aber das Spannende ist einfach, was Andrea ja auch gesagt hat, du brauchst eigentlich ein Kommunikationskonzept dahinter. Also erstmal, die Leute wissen ja nicht, dass du da bist und dann musst du sie auch noch dafür begeistern, also wirklich dir auch zu vertrauen, zu sagen, ey, das ist cool, was ihr da macht und ich gebe da ein Euro oder ich gebe da sogar 500 oder vielleicht sogar 1000 Euro rein und dann hast du halt diese verschiedenen, ja, ich sage mal so Belohnungsstufen. Also ich sage mal, jemand, der 100 oder in unserem Fall war zum Beispiel für 30 Euro kriegst du dann einen freien Digital Download vom Film, wenn der dann erscheint. Und je höher du kommst, desto mehr Inhalt hat deine Belohnung. Aber man muss dazu sagen, dass es natürlich nie genau den Wert hat, wer jetzt irgendwie 5000 Euro, der kriegt nicht irgendwie, was weiß ich, einen Kleinwagen dazu, ne? Also wie auch immer. Ja, würde ich auch, wäre ich auch kontraproduktiv, denn letztendlich geht es ja schon darum, das Projekt zu finanzieren, das heißt in eurem Fall diese Filmproduktion. Und da soll natürlich das Geld reingehen, wenn der jetzt jedem der 5000 gegeben hat, ein Auto kaufen wollen würde, dann wird das ja rechnerisch gar nicht funktionieren, nicht? Also ist klar, es ist eine Anerkennung, die die Menschen bekommen, dass man als kleines Dankeschön vielleicht, ja? Genau, so muss man es sehen. Und es ist wirklich, also ich muss auch sagen, ich kannte Crowdfunding vorher nicht so und ich habe aber selber dann auch an Projekten, also die habe ich dann unterstützt, wie ich auf dieser Plattform war, auch mit Klein, mal mit größeren Beträgen. Und das ist echt irre, weil du wirst plötzlich Teil dieser Story, du wirst ja auch über Updates auf dem Laufenden gehalten und das ist auch so emotional was ganz Tolles. Also dieses, ich gebe da was rein, ermögliche jemandem, dem das sonst vielleicht nicht möglich wäre, ein Herzensprojekt auf die Beine zu stellen, mit vielleicht einem Kleinstbetrag. Und das ist ein ganz irres Gefühl, wenn du merkst, wie sich das Projekt entwickelt und wenn es dann gewinnt, du stößt eigentlich innerlich mit an, wenn du dann siehst, ey, das Projekt, was du unterstützt, das hat sein Ziel erreicht, das ist total cool. Das sagt aber auch, das müssen schon Projekte sein, die für Crowdfunding geeignet sind, die die Masse so ein bisschen antickern, nicht? Also ich kann jetzt nicht jeden Quatsch mit Crowdfunding finanzieren, sondern es muss etwas sein, was wirklich ein gutes Projekt ist, was viele Menschen begeistert, sodass auch jeder ein bisschen was dafür gibt, weil sonst wird es ja nichts. Auf jeden Fall, aber ich meine, es könnte, also es darf sozusagen jeder, ne? Jeder darf, aber es ist ja witzlos, wenn ich jetzt sage, ich meine, mir die Arbeit eher was reinzustellen, wo ich aber null Menschen mit begeister, weil die alle sagen, nee, so ein Quatsch finanzieren wir nicht, ne? Und dann führt das zu nichts. Also man braucht als Voraussetzung ein gutes Projekt. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich Personality, Glaubwürdigkeit, etc., dass man gut rüberkommt. Vertrauen, also das ist eine ganz... Vertrauensbildung, ja. Und was heißt gutes Projekt? Also das ist richtig, aber ich finde ja auch gerade im Kunstbereich, man findet übrigens sehr viele Kunstprojekte dort. Also es ist echt interessant, wer da noch nie drauf war auf solchen Plattformen, ich kannte es auch nicht, das ist echt irre, was es da für Projekte gibt, ob nun Malerei oder Bücher oder Filmprojekte, also da gibt es ja auch wirklich von kleinen Filmprojekten bis Hollywood-Blocken. Musikproduktion. Musikproduktion, es gibt wirklich alles aus diesem künstlerischen Bereich, unter anderem gibt es auch Produkte, die entwickelt werden, das ist dann nochmal so eine andere Schiene. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss eine Geschichte dazu erzählen können. Also man könnte ja jetzt sagen, ja, Bilder, gibt es ja ganz viele, aber wenn ich dann eine Persönlichkeit damit verknüpfe oder eine Geschichte oder warum meine Kunst jetzt besonders, oder ich möchte aus meinen, meine Bilder, da steckt das und das Konzept oder was weiß ich auch immer, du brauchst eine Geschichte dazu. Und ich glaube schon, man wird nicht den ganzen Markt bedienen, aber du brauchst eine Zielgruppe, weil so ist ja deine Kommunikation dann auch ausgerichtet. Und auf die fokussierst du dich eigentlich. Aber klar, das sollte nicht einfach, also ich glaube, wenn man das Liebloste einfach rein stellt, dann passiert auch nichts. Also das merkt man schon, wenn mit Herz gut... Genau, es ist also nicht die Garantie, dass das funktioniert, dass man da ganz, also ich stelle es rein, werde sehr schnell sehr reich. So ist es nicht. Viel Arbeit. Es ist ein 7-Tage-24-Stunden-Job, Crowdfunding zu machen. In der Vorher- und in der Phase, da kannst du mal alles stehen und liegen lassen, wenn du es erfolgreich machst. Und das ist eine Zitterpartie bis zum Schluss. Jetzt hatten wir vorhin 40 Tage, wir sind am 39. Tag und es ist noch nicht komplett. Dann droht das Ganze wirklich beinhart zu scheitern an 5 Euro, die fehlen. Ja, das stimmt. Ist so, ja? Man kann es tatsächlich vorher irgendwann abbrechen. Das geht. Also wenn man sieht, da passiert eh nichts? Wenn man sieht irgendwie, also wirklich, das hat jetzt überhaupt keinen Zweck. Dann brauchen wir sich auch nicht mehr die Arbeit machen. Genau. Man könnte aufgeben, aber das tun wir ja nicht. Wir hatten auch solche Phasen so zwischendurch. Das kommt immer mal, ist schwierig halt zu sagen, woran das liegt. Teilweise vielleicht an Presse, dann hat man irgendwie was in der Presse, dann geht es wieder hoch, dann hat man irgendwie, mehr haben davon erfahren oder so. Aber ich erinnere mich als wir hier, weil viele da von Wind bekommen haben, von eurem Crowdfunding. Da war das, ich glaube so innerhalb der letzten Woche ungefähr, das war schon so, dass es fehlte noch ziemlich viel und eigentlich, ich habe ehrlich gesagt erst mal gedacht, oh Herr, der wird schwierig, nicht? Und dann aber sensationell, ich glaube am letzten Tag so ungefähr. Letzten 24 Stunden. Das war so, ne? Das Ding ist beim Crowdfunding, die ersten zwei, drei Tage sind entscheidend. Und da siehst du schon einen Trend. Und die letzten. Wir waren bei uns, also ehrlich gesagt, wir hatten so einen, ich sag mal, so einen suchen Start, der war ganz okay. Und dann war bei uns zum Beispiel eine ganze Zeit lang, passierte fast gar nichts. Und wir haben echt wie, also wie blöd Presse und hier und da. Und das war echt frustrierend. Und wir haben aber immer gesagt, das kann nicht angehen, wir machen so viel und wieso passiert da nichts? Und wir haben aber gesagt, wir geben nicht auf, wir halten durch. Und wie du schon sagst, es war also wirklich, am Donnerstag war unser Stichtag, am Montag hatten wir die Hälfte des Geldes erst zusammen. Oh, ja. Und dachten echt so, puh, ne? Und dann hatten wir nochmal ein Interview und hier und dann stieg das so ein bisschen an und du merkst es aber generell. Ich hatte dann auch Leute dran, die meinten, oh Mensch, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich nochmal so WhatsApps in alle Richtungen, ne? Hatte ich total vergessen. Also das muss man auch mal. Und wenn dann plötzlich der Stichtag nur noch zwei Tage ist oder drei Tage, dann wachen die Leute auf einmal auf wieder, ne? Also es ist ganz wichtig, dran zu bleiben. Und wir hatten es wirklich dann einen Tag vorher noch so, puh, ne? Also war immer noch weit entfernt vom Ziel. Und nachts, ja, ich nochmal eine letzte Dankes-Mail an die, die gespendet hatten, irgendwie geschickt, gerade den Rechner zu klappen und dann blinkte es auf. Herzlichen Glückwunsch, sie haben es geschafft. Und ich, ich war sprachlos, du weißt, ich bin nie sprachlos. Ich weiß nicht. Den Blick hätte man einfangen sollen. Es war einer, der diesen, ein bisschen vergleichbar mit der Geburt meines Sohnes. Also es war ein ganz irres Gefühl. Ich dachte, wie, was, ne? Also ich habe ja erstmal so eine Voransicht, da MacBook, da siehst du immer nur so eine Zweizeile. Ich so, das kann nicht sein. Mails geöffnet. Herzlichen Glückwunsch, Sektflaschen auf. Und ich so, hä, was? Und ich muss nochmal in meinen, auf die Kampagne rauf, was da jetzt passiert ist. Und dann hat wirklich jemand... Klappt aber auch mit vielen anderen schönen Computern. Klappt auch mit anderen. Ich kenne es ja nur von meinem, aber egal. Es ging nur darum, es war diese kleine Nachricht, ich so, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich wollte ja gerade zumachen und ins Bett gehen. Und dann habe ich, naja, es war dann wahr. Und es hatte wirklich in letzter Minute jemand den fehlenden Betrag aufgestockt. Ganz großartig. Wunderbare Geschichte. Vielen lieben Dank an all diejenigen, die das finanziert haben. Denn wir kommen jetzt in den Genuss eines tollen Filmes, dann so ab dem nächsten Monat. Mal schauen, vielleicht kriegen wir dich hier bei Tide auch nochmal unter. Ich werde auch mit unserem Fernsehleiter darüber sprechen. Das wäre super. Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Und ihr seid dann nach China. Du hast an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Ist das richtig? Weltkampf-Weltmeisterschaft? Ja genau, Weltmeisterschaft in China. Das ist also eine Teamgeschichte. Jedes Land schickt Leute. Im Submen gibt es verschiedene Disziplinen. Und ich war für das, also Sub ist Stand-Up-Paddling, das ist die Abkürzung. Ich war für den Bereich Wave, also Welle am Start, weil ich deutsche Vizemeisterin bin. Und ja, ist eine andere Liga, muss man ganz klar sagen. Also die meisten dort sind um die 20, machen das als Vollprofis. Und ich habe gesagt, dabei sein ist alles. Und mein Ziel ist, eine Runde weiterzukommen und ja, einfach da mein Bestes zu geben. Und Ziel erreicht? Ziel erreicht, es war der Knaller. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und ich habe dann sogar spontan noch, weil bei uns im Team jemand gesundheitlich ausfiel, an einem Rennen teilgenommen. Also ihr seht ja auch hier, das kurze Board, das ist ein Waveboard. Also sieht aus wie ein Surfbrett, relativ klein. Damit ist man in der Welle unterwegs. Dieses Riesenteil, was ihr hinter mir seht, 3,70 Meter lang, 12 Fuß 6, ist ein Raceboard. Die sind schmal und schnell. Ja, habe ich mich spontan noch für ein 18-Kilometer-Rennen angemeldet. Da warst du ja fast schon wieder in Hamburg. Da war ich fast in Hamburg. Ich habe aber die Kreise in der Bucht gedreht. Ja, wunderbar. Genau. Und wir müssen noch eines erwähnen. Genau. Wir haben hier auch Bilder. Diese Bilder hat keiner von euch beiden gemalt, sondern das ist eine andere tolle Frau. Eine Künstlerin Franziska Rigamier. Ja. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Genau. Und die hat uns diese tollen Bilder mitgebracht, wo man natürlich, welch Zufall, auch nicht nur Meere und Tropen und Ähnliches sieht, tolle Wellen, sondern eben auch Stand-Up-Paddling. Euer Thema heute in der Sendung und auch in diesem Film natürlich. Ich freue mich, wenn wir in Kurze das hier weiterverfolgen bei Tide, was mit dem Film nun wirklich passiert ist. Vielleicht senden wir ihn hier. Ihr werdet auf jeden Fall von mir nochmal in andere Sendungen eingeladen, wo wir den Film ein bisschen promoten. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Bei uns ist auch Roland Peters und der gute Mann bringt eine Menge Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen mit. Wir hatten das in der Anmoderation Fernsehen. Ja, du hast in der Tat eine Riesen-Fernsehshow moderiert in Belgien. Da kennt man dich also, nicht? In Flandern heißt das Flandern. In Belgien, ja. Ja. Und da hast du so eine Spiele-Show mit großem Erfolg moderiert. Du warst ein sehr, also das erfolgreichste Model in Belgien. Männliche. In Deutschland. Naja, klar. Nicht weibliches, schon klar. Ja, nee, aber... Und ich glaube, in Deutschland gehörtest du über lange Jahre zu den Top Ten der männlichen Models. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Denn tatsächlich passt du wunderbar in diese Show, weil du studierter Künstler bist. Genau. Das andere ist eigentlich rein zufällig gekommen. Aber ich habe Kunst studiert in der Königliche Kunsthochschule in Antwerpen. Und ja, als junger Künstler, mit 18 hatte ich meine erste Ausstellung. Und als junger, unbekannten Künstler ist es nicht einfach, Geld damit zu machen. Man muss ja auch Geld verdienen. Und dann nur per Zufall, ich war ja schon 25. Dann wäre Crowdfunding doch ein schönes Thema gewesen, nicht? Was wäre ein schönes Thema? Crowdfunding. Crowdfunding, genau. Stimmt, ich kannte das Wort damals noch nicht. Das gab es wahrscheinlich auch noch einmal rein. Ich war sowieso ein bisschen halber Hippie. Ich war auch in diesen Hippie-Kreisen, Kunsthochschule. Ich weiss noch, das war komplett chaotisch. Wir sind barfuß in die Schule gegangen, also in die Akademie heisst das bei uns. Und hatten einen kastabierenden Joint dabei. Und so, das war ziemlich chaotisch. Also Crowdfunding. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Nein, nicht nachmachen. Das ist ungesund, ungesund. Das ist aber wirklich. Und ich rauche auch nicht. Aber das ist eigentlich nur zufällig, dass ich dann als Model entdeckt worden bin. Richtig, das ist Zufall. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen. Ja, und das war ein Traumjob damals. Ich hatte echt Glück, ich war ein Senkrechtstarter. Meine erste ausländische Reise war für Coca-Cola nach Hawaii. Und danach konnte ich mir die Jobs aussuchen, weil das waren überall Plakate und so. Und dann, ja, ich dachte natürlich, ey, das ist ein Job für ein Model sein. Da muss man dumm und eingebildet sein. Und so die Klischees, die man kennt. Beide Voraussetzungen, findest du. Ich war dann schon so eingebildet, dass ich mich da nicht in der Gruppe wohlgefühlt habe. Aber es war so toll, weil man verdient echt viel, viel Geld und man hat die Welt gesehen. Und ich habe dann auch vom Anfang an gedacht, ich mache das so zwei, drei Jahre. Ein bisschen endlich mal blaue, schwarze Zahlen aufs Konto. Nein, ich weiß nicht. Endlich mal ein bisschen, ja, ich habe nicht gerechnet, wie viel, aber ich wollte ein bisschen Reserve haben. Also bei dir sind die Zahlen auf dem Konto rot. Das mag in Belgien anders sein, dann kommt vielleicht schwarze Irons. Genau, naja, egal. Aber dann aus zwei Jahren, sage ich jetzt mal, wurden dann fünf und aus fünf wurden zehn. Und lange Geschichte kurz, ich habe sie in 30 Jahren richtig professionell gemacht. Aber meine große Liebe, die Kunst natürlich, hat da drunter gelitten, weil ich war ja nur in der Welt unterwegs und ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Freizeit noch gehabt. Also du hast nicht auf deinen Reisen gemalt? Nein, 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 das ging gar nicht, weil man braucht eine Staffelei und sowieso, man muss das nicht unterschätzen, so Fotoaufnahmen oder auch Filme. Ich habe ja auch viele Werbespots gemacht oder so Filme. Man muss das so sehen, dass man sehr früh aufstehen muss, weil man braucht das gute Licht. Das heisst, wir reisen immer nach Orten, wo es an die Sonne scheint, Miami, Gabstett, Kalifornien. Ganz früh war es Kanarische Insel und so. Und man muss sehr früh aufstehen, so fünf Uhr ist normal, fünf, hauptfünf auch mal. Und abends kommt man erst nach dem guten Licht, ist dann bis acht oder neun Uhr abends, erst nach Hause. Das heisst, für Malerei wäre da keine Zeit gewesen. Das ist das, was ich in meiner Karriere immer falsch gemacht habe. Ich habe mir mal lange ausgeschlafen, weil ich dachte, für eine gute Karriere muss ein ganz ausgeschlafener Typ sein. Nein, aber ich will jetzt nicht zu lange über die Geschichte reden, weil es ist tatsächlich so, ich habe Kunst studiert und das ist meine grosse Liebe. Die habe ich eigentlich vermisst auch und ich habe auch zwischendurch mal was gemalt, wenn ich dann doch mal zu Hause war. Und ich habe es damals verschenkt auch. Du hast dir die Bilder verschenkt? Ja, ja, ich habe früher nichts verkauft, ich habe nur verschenkt. Und weil ich dann, sagen wir mal, gut verdient habe als Model und ich habe ja auch Fernsehmoderator, naja, egal. Und dann kam ich nach Hamburg. Ja, du hast eine grosse, das war kein Scherz von mir, du bist ein in Berlin sehr bekannter. Ja, nicht mehr, das ist ja alles lange her. Ich war, sagen wir mal, ich war, sagen wir mal, im Vergleich mit Gottschalk und Harald Schmidt. Ja, egal, aber ich hatte meine eigene Show, das stimmt schon, Sonntagabend und egal. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die Liebe zur Kunst ist immer geblieben. Ich habe dann alles verschenkt und vor 13 Jahren bin ich nach Hamburg gekommen. Und dann habe ich mehr und mehr Zeit gehabt, um zu malen. Und dann hatte ich auch zum ersten Mal in meinem Leben ein echtes Atelier, direkt bei mir um die Ecke, weil ein Atelier muss echt um die Ecke sein. Ich hatte früher eins in die Schanze und da musste ich dann mit dem Fahrrad hin, weil da kann man ja nie parken. Und dann war meine Hand im Winter so kalt, dass ich nicht malen konnte. Und dazu kam noch, dass ein Freund von mir da unten gewohnt hat, da musste ich erst bei ihm noch ein Hallo sagen und dann wurde nicht mehr gemalt. Deswegen sagt man ja auch in Hamburg, in der Schanze hast du keine Chance. Was wahrscheinlich mit den steigenden Atelier-Mietpreisen zu tun hat, in den bekehrten Gegenden, ist ja auch so ein Problem natürlich für Künstler, insbesondere auch hier in unserer Stadt. Genau. Dass Ateliers eben auch nicht mehr so für umsonst zu haben sind. Also auch da wieder die Frage, wie finanziere ich dann meine Kunst oder meine Karriere als junger Künstler? Du hast da viel Glück gehabt. Ja eben. Das kommt ja nicht zu viel über diese Modeln und alles. Aber dadurch habe ich zum Glück ein bisschen finanzielle Sicherheit aufbauen können, damit ich mir erst mal leisten kann, Künstler zu sein. Weil das muss man sich erst mal leisten können. Ja und viele Künstler müssen eben nach wie vor irgendwo Jobs machen, wie auch immer bei Taxifahrern oder Pizzeria-Kellnern oder irgendwas, um sich das Künstler-Dasein letztendlich leisten zu können. Aber es leidet die Kunst darunter. Ja und ich habe jetzt gerade noch einen Artikel gelesen in Monopol, zwei Männer haben drei Jahre lang die Kunstwelt untersucht. Rein mit Daten, Daten, Daten. Und es ist so, dass wenn man nicht vom Anfang an in den High-Segment ist, also bei den Großen gehört, ist die Chance, dass man aufsteigt, neil. Das habe ich ganz vergessen. Das heisst, man muss entweder viel Glück haben, Talent ist eigentlich schon Nebensache, viel Glück haben, die richtige Beziehungen haben. Wenn man natürlich Andy Warhol oder Iggy Pop oder David Bowie als Freund hat und all die Galeristen in New York kennt, easy. Und die zwei Männer, die das untersucht haben, die haben drei Jahre lang alle Künstler... Es ist schwierig, die alle zu kennen, die du gerade genannt hast. Die sind, glaube ich, alle schon tot. Die sind, ja, Iggy Pop lebt noch. Der sieht zwar schon nicht mehr so frisch aus, aber die anderen sind tot. Aber es ist so, die haben 500.000 Künstler untersucht und von diesen 500.000 sind nur 240 aufgestiegen in den hohen Levels. Und das ist 0,02. Ich habe es mal ausgerechnet. 0,02. Und wer organisiert das so? Das sind nur die ganz Großen. Das ist MoMA, New York. Das ist Guggenheim und noch so ein paar wahnsinnig bekannte Galeristen. Und dann die High-Segment-Künstler und dann natürlich sehr reiche Leute, die halt Kunst sammeln. Und die behalten das mit Absicht so hoch. Weil die Zahlen, weil man denkt immer so, okay, wenn man die Zahlen hört, im Kunstgeschäft ist gigantisch viel zu verdienen. Das sind nur so wenige. 30 Prozent von allen Galeristen in Deutschland machen Verlust. 30 Prozent. Und wie gesagt, es sind 99,98, die davon kaum leben können. Also in Berlin gibt es ungefähr 600 Galerien. Davon machen jedes Jahr 400 zu. Und 400 neue wieder auf. Also es trauen sich auch immer wieder Leute daran. Es ist echt undemokratisch. Und die großen Jungs da oben, das geht ja gar nicht mehr um die Kunst, das ist Investment. Das ist einfach reines Investment. Weil wer sagt, dass so ein Bild 150 Millionen wert ist, wer bestimmt das? Die Künstler auf dem Niveau, die können einfach einen Strich machen und das ist dann drei Millionen wert, weil es ist die Unterschrift, die zählt. Nicht mehr, was da drauf steht. Ja, es gibt natürlich klare Strategien auch im Marketing. Am Ende ist Kunst dann eben auch einfach Big Business. Natürlich. Ja, das ist aber ganz ähnlich wie, ob wir jetzt Fernsehkarrieren nehmen, Filmkarrieren, Hollywood und Co. Ist es dasselbe letztendlich. Und klar, auch in der Kunst ist das so. Da gibt es eben immer nur ganz wenige, die sich überall durchsetzen und die großen Stars werden. So ist erstmal das Leben. Ja, ja, klar. Man kann dann über andere Finanzierungsmodelle nachdenken. Wenn jetzt alle kleinen, neuen, unbekannten Künstler sagen, und versuchen wir es mal über Crowdfunding, wird es ja wahrscheinlich rechnerisch am Ende auch nicht funktionieren. Allerdings gerade hier in Hamburg ist gestartet, das Crowdart Funding. Das ist jetzt ein ganz neues Projekt. Das könnte man dann ja auch mal in den Suchmaschinen nachgucken. Das ist tatsächlich so etwas, wo Finanzierungsmöglichkeiten sind für fast everybody, die dann eben durch eine Grundeinnahme, ich will gar nicht sagen Grundeinkommen, das ist immer so eine Geschichte, das hat so einen schlechten Ruf, dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil die Politiker immer so ein bisschen dagegen antreten. Aber es gibt jetzt eben diese private Initiative, die das als Business aufzieht. Und da kann man natürlich dann gucken. Bei sowas wäre das möglich, eben tatsächlich eine Art Grundeinkommen für Künstler? Ja, aber... Oder eben andere? Ein Grundeinkommen wäre nicht schlecht. Aber ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich finde es auch gut, dass junge Künstler noch nicht zu viel an Geld denken. Weil sonst würden sie... Ja, Moment, du musst ja an Geld denken, wenn du davon nicht hast. Ja, man muss ja Geld. Ja, also wenn du nicht mal deine Miete zahlen kannst und wenn du auch nicht dein Essen kaufen kannst, dann hast du ein Problem. Natürlich. Das heißt, dann gehst du im Zweifel in irgendwelche blöden Jobs, die dich von der Kunst abhalten. Ja, aber ich meinte jetzt, dass sie nicht... Weil zum Beispiel die zwei Männer, die die Kunstwelt untersucht haben, gefolgt haben und so, die sagten auch, auf jeder Kunsthochschule oder Kunstschule lernt man seinen Beruf, ich meine, seinen Zeichnen, Malen, Bildhauwerk oder was, alles. Das ist der wirkliche Teil, ja. Man lernt das Management nicht. Und das ist so wichtig für junge Künstler. Andererseits finde ich persönlich, wenn man zu früh den Jungs beibringt, wie man da... Gut, man soll schon wissen, wie man mit Galeristen umgeht und das alles. Aber wenn man zu früh dann direkt so denkt, ich muss jetzt das grosse Geld mit meiner Malerei machen, dann ist man nicht mehr spontan. Weil ich habe das ja selber gemerkt, ich habe bestimmte Gemälde sofort verkauft und nachher haben noch 20 Leute gefragt, ah, kann ich das noch kaufen? Ich sage, es verkauft, es verkauft. Dann würde ich nur noch das gleiche Gemälde malen und nur noch das gleiche Stil und dann würde ich meine Kreativität nicht mehr frei laufen lassen können. Aber um die vorige Geschichte zu beenden... Ja, aber wenn du dann kein Geld gehabt, hättest du deine Miete oder deine Brötchen, dann hättest du das im Zweifel auch gemacht, wahrscheinlich, ne? Sorry, der... Wenn du jetzt nicht die Einnahmen aus dem Model- oder Fernsehgeschäft gabst... Genau, das meine ich, man muss sich das erst mal leisten können. Dann hättest du wahrscheinlich doch gesagt, ich male jetzt und dupliziere meine erfolgreichen Werke, einfach um filmen zu können. Genau, so ist es. Und dann bin ich halt danach nach Hamburg gekommen, vor 12, 13 Jahren. Und dann hatte ich mein eigenes Atelier, was ich mir früher nicht leisten... Ich war ja immer weg. Und dann habe ich meine alte Liebe wieder voll. Und dann hatte ich auch das Glück, direkt ein paar Kunstsammler, die von mir da 10, 12 Gemälde gekauft haben. Und ja, das spricht sich rum. Und dann... Ich male immer den gleichen Stil, ziemlich realistisch. Und ich versuche auch, so ein bisschen Witz drin zu bringen, wie das zum Beispiel, das ist da, der radiert sich selber weg. Aber ich dachte, das bist du bei der Arbeit. Das bin ich bei der Arbeit, genau. Meiler. Das ist da gar nicht so weit entfernt von der Wahrheit, weil das, der Mann, das bin ich selbst als Porträt, also als Vorbild genommen. Ja, ja, ja. Man sieht es vielleicht am Gesicht. Ich habe es mir jetzt mehr am Körperbau erahnt. Ja, genau. Und dann hatte ich ein bisschen Glück, was man auch natürlich in jedem Job braucht. Ich sehe es nicht als Job, ich sehe es immer noch als ein Hobby, das mir auch was bringt. Und der Kreis wurde immer grösser von Leuten, die mich kennen. Und ja, es läuft gut. Es läuft gut. Und ich bin zufrieden. Und das Schöne ist, ich kann machen, was ich will. Und nicht, ich muss nicht, sagen wir mal, ich habe noch nie eine Rose oder eine Farbe, doch, einmal habe ich eine Rose gemalt, aber ich habe noch nie eine Phase mit Blumen oder ein Stillleben oder Landschaft gemalt, noch nie. Und obwohl das bei anderen Leuten vielleicht besser ankommt, aber ich bleibe meinen Stil. Wollen wir noch mal was sagen zu den anderen Bildern? Ja. Die Smedel, links. Das ist, muss ich ja dazu sagen, auch auf meine Ausstellungen bei der Vernissage muss ich natürlich auch ein bisschen erzählen, ich lasse die Menschen immer ihre eigene Fantasie noch freien Lauf. Das heisst, ich dringend nie, es gibt ja so Künstler, die erzählen genau, wie sie was dabei gedacht haben. Und noch schlimmer, die Kuratoren, die sagen, dann mach mal sowas von Schwachsinn. Aber ich lasse die Leute selber entscheiden, was sie da drin sehen können. Es ist ein bisschen skurril, da muss man sehen. Es könnte ein Gefängnis sein, es könnte aber auch ein Keller sein. So echt glücklich sieht sie nicht aus. Nee, so ein bisschen verhuscht, ne? Man kann das interpretieren, wie man will, aber ich lasse jedem das selber beurteilen. Und es gibt dann natürlich auch Sachen, die man nicht so echt beurteilen muss, zum Beispiel wie das Bild, das Blaue. Das ist einfach ein Porträt, das war mein letztes Kostwerk auch, mein letztes Gemälde, das ich jetzt gemacht habe. Und dann habe ich ein bisschen mit Farbe gespielt, so blau und dann. Und das ist auch das Erste, das ich so grob gemalt habe. Bei den anderen sieht man ja, das ist Detail quasi. Ja, und dann diese Dame hier hinter mir im Wasser, das war ursprünglich ein bisschen provokant, das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich hatte eine Ausstellung in Fabrik der Künste. Und dann stand sie nicht im Wasser, sondern vor einer Wand mit das Kleid. Das Kleid ist so geblieben, aber die hat kein Höschen an. Dann hast du gesagt, ich gehe heute zur Tide, ich ziehe ein Höschen an. Und ja, nee, das habe ich dann vor längerer Zeit schon gemacht, also vor drei Monaten oder so, vier Monate. Weil für die Ausstellung ist es gut, so ein Gemälde zu haben, das ein bisschen provozierend ist, weil die Leute sprechen darüber. Das hat man gesehen, und das war detailliert, also man muss nichts dazu sagen. Und dann natürlich kann ich es nicht überall ausstellen. Es gab Eltern, die sagen, meine Tochter ist dabei oder mein Sohn ist dabei, sieben Jahre. Ja, aber das siehst du bei den alten Meistern in jedem Museum. Ja, aber so detailliert. Nach den Frauen teilweise auch detailliert. Gut, naja, egal, lange Geschichte kurz. Ich habe dann ein Höschen darunter gemalt und dann habe ich sie in Wasser gestellt, weil es war so, vor dieser Wand war das schon, das passte alles. Aber so mit dem Höschen da vor der Wand fangen, dann nicht interessant genug und dann habe ich sie einfach ins Wasser gestellt. Und jetzt kann ich es überall ausstellen, ohne, das ist... Aber, naja. Es gibt keine zweite Variante mit ohne. Ne, ich habe so ein Foto auf meiner Website zum Beispiel, kann man es noch ohne sehen. Ach, so kann. Ah, ja. So, und jetzt brechen bei dir zu Hause die Webseite gerade. Das ist alles. Mal kurz Werbung machen. art.rolandpeters.com Aber wenn man in Google meinen Namen eingibt, Roland Peters, Peters mit zwei E, ein Wort, dann kommt man auch auf meine Seite. Und ich habe mir sagen lassen, das funktioniert nicht nur bei Google, das geht auch bei Yahoo und allen anderen Suchmaschinen. Das weiß ich nicht. Bei Yahoo... Likos, man müsste es mal probieren. Aber ich muss ja sagen... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es noch andere Suchmaschinen gibt. Also man hört, dass die genannte Firma so 95% des Weltmarktes ausmacht. Aber ich weiß gar nicht, wie die anderen alle heißen. Eurosia. Da pflanzt du sogar ein Bäumchen. Eurosia? Eurosia. Da pflanzen sie ein Bäumchen. Ja, wenn man sozusagen darüber sucht, was Suchmaschinen ja tun, pflanzt man da gleichzeitig ein Bäumchen. Ach so, dann wird wirklich irgendwann... Weil die geben das Geld sozusagen weiter. Ach so, tatsächlich. Auch nicht so schlecht. Das ist auch noch andere Plattformen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, das sind einige so unterwegs, die so alternativ... Wir könnten ja bei Google mal die anderen Plattformen googeln. Aber ich muss sagen, also mit Social Media, außer bei Facebook, poste ich ab und zu mal was. Aber ich bin bei Instagram, ich glaube, vor drei Jahren habe ich das Konto mal gemacht und ich habe bis jetzt ein Gemälde auf Instagram gesetzt. Man soll es machen, aber ich bin ein bisschen faul und ich kenne mich auch nicht so gut aus mit den Dingen, wie man die hochlädt. Wahrscheinlich lachen jetzt 100.000 Leute mich aus, das ist doch easy. Ich habe es ja geschafft, ich habe ein Bild gepostet. Das ist eine Generationsgeschichte. Also die ganz jungen unseren Zuschauern, die haben wahrscheinlich, die lachen da wirklich drüber. Aber so in unserer Generation ist das schon so eine Sache für sich. Und ich persönlich habe da auch durchaus so meine Bauchschmerzen. Also sind das soziale Netzwerke, ich halte sich für asoziale Netzwerke. Denn da passiert doch sehr viel außerordentlich Bedenkliches. Nicht nur der große Datenskandal vor drei Monaten hier in Deutschland mit dem jungen Mann, der da die Politiker und Pröminenten-Accounts gehackt hatte, nicht? Sondern generell ist das doch alles ein bisschen sehr bedenklich, was in diesen Netzwerken so passiert. Natürlich. Es eröffnet Chancen und Möglichkeiten auf der einen Seite, aber es hat auch, glaube ich, ganz, ganz viele negative Begleiterscheinungen. Natürlich. Das Schlimme am Facebook zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich war eine Zeit lang auch täglich, habe ich eine Stunde daran verschwendet. Das ist eine Sucht, weil man will dann lesen, ich habe ja Freunde überall in der Welt, dann lese ich, was sie sagen, aber dann lese ich auch noch mal, was die Freunde von den Freunden sagen. Na, egal. Aber das Schlimme am Facebook ist, man postet nur Fotos von den schönen Reisen am Strand, da, da, Seychellen, Hawaii, egal. Oder auch hier, Ostsee. Und man zeigt nur diese schöne Seite von Leben. Und all die Leute, die das vielleicht nicht haben oder es sich nicht leisten können oder wie auch, die fühlen sich automatisch dann irgendwie nicht so wohl dabei. Ja, und ich habe auch gehört, es gibt Studien, die sagen, wenn du postest, ach, es geht mir so schlecht und so, dann fühlen sich die anderen alle ganz toll, weil die sagen, ah, wunderbar, endlich, weil jeder hat einen schlechter als mir. Also das ist schon sehr merkwürdig. Aber so ist das Leben, weil wie oft ist es so, dass Leute sich besser fühlen, wenn es jemandem anders schlecht geht. Ja, aber es ist natürlich auch diese ganze Desinformation, Fail-Information, also was der amerikanische Präsident immer sagt, Fake News, ist ja auch so ein Thema tatsächlich. Weil man ja auch aufgrund der algorithmischen Kreise immer nur eigentlich in seiner eigenen Meinung bestätigt wird. Das ist ja eben systemrelevant, ja, bei diesem, was das Thema immer nennt, sagt man. Also es geht eigentlich gar nicht anders aufgrund der technischen Dinge, die dahinter stecken. Und dann fühlt man sich natürlich in seinen Meinungen immer nur bestätigt. Das heißt, die Vielfalt in der Meinungsbildung geht eigentlich verloren. Und man ist auch nicht mehr vielleicht ganz so kritisch. Und das ist natürlich die große Gefahr. Aber die schönen Dinge sind natürlich auch zu sehen. Und die schönen Dinge haben wir natürlich auch hier in unserer Sendung heute Abend gezeigt. Ich glaube, das war eine tolle informative Geschichte. Wir sind fast zu Ende mit der Sendung Zeit. Deswegen kommen wir auch schon wieder zur Abmoderation. Vielen lieben Dank erst mal, dass ihr da wart. Ich glaube, das war lehrreich für unsere Zuschauer, weil man natürlich nicht nur etwas über Stand-up-Paddling gelernt hat, nicht nur über die Karriere von Rolf Peters, sondern eben auch darüber, wie man über Crowdfunding möglicherweise eigene Projekte finanzieren kann. Ja, und zu unseren Zuschauern kann ich sagen, ihr könnt euch natürlich herzlich gerne auch bewerben hier bei Tide oder bei Cosmo Dimong auf der Webseite. Einfach dafür, hier mal auf den heißen Stuhl zu kommen sozusagen, hier auf die schwarzen Sessel bei Was kunst Du? Vielen lieben Dank an Bettina Kohl, an Andrea Hausstetter, an Franziska Rigamer für die tollen Bilder hier und natürlich an Roland Peters ebenfalls für seine tollen Bilder und die Präsentation heute hier bei uns. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, genau. Vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich. Vielen Dank. Und wieder einschalten. Nächsten Monat gibt es die nächste Ausgabe von Was kunst Du mit ebenfalls spannenden Gästen. Vielen Dank, adios und goodbye. Vielen Dank.